Lieber Eismann, kennen Sie einen Trick, damit mir Fleisch nicht zu schnell anbrennt, wenn ich es in der Pfanne brate? Hallo, mein Name ist Stefan Wingold, ich bin seit sieben Jahren Eismann in Mettmann und da habe ich einen ganz tollen Tipp für Sie. Wenn Sie das Bratöl oder Bratfett erst dann in die Pfanne geben, wenn die Pfanne bereits heiß ist, bildet das Fett keine Einheit mit dem Pfannenboden. Haben Sie die richtige Temperatur erreicht, können Sie jetzt das Fleisch anbraten und dann wird es auch gelingen. Nur denken Sie dran, wenn die Poren geschlossen sind vom Fleisch, Temperatur reduzieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017